Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6050 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich spüre den Wind in meinem Gesicht und in meinen Haaren. Ich spüre den Wind in meinem Gesicht und in meinen Haaren. Zuerst sollte die grobe Struktur geplant werden. Dann werden wir die Details besprechen. Zuerst sollte die grobe Struktur geplant werden. Dann werden wir die Details besprechen. Ich habe noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, warum das so ist. Du solltest deine Füße täglich mit einer Feuchtigkeitscreme eincremen, damit sie weich und geschmeidig bleiben. Unsere Kinder haben dieses schöne große Haus gekauft. Unsere Kinder haben dieses schöne große Haus gekauft. Wenn wir wollen, können wir auch einziehen. Ein zufriedener Kunde empfiehlt das Unternehmen oder das Produkt an andere potenzielle Kunden weiter. Ein zufriedener Kunde empfiehlt das Unternehmen oder das Produkt an andere potenzielle Kunden weiter. Die Idee der Zahnfee hilft Kindern, den Verlust ihrer Milchzähne mit einem positiven Erlebnis zu verbinden. Entweder funktioniert die Diät nicht oder die Waage ist defekt. Entweder funktioniert die Diät nicht oder die Waage ist defekt. Meditation kann die Kreativität steigern und die Lern- und Gedächtnisleistung verbessern. Meditation kann die Kreativität steigern und die Lern- und Gedächtnisleistung verbessern. Messen wir die Zutaten ab, wie es das Rezept vorschreibt, oder machen wir es wie es gerade passt? Messen wir die Zutaten ab, wie es das Rezept vorschreibt, oder machen wir es wie es gerade passt? Messen wir die Zutaten ab, wie es das Rezept vorschreibt, oder machen wir es wie es gerade passt? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann ab, wie es das Rezept vorschreibt. Vielen Dank.